Also wir sind doch hier nicht in Sibirien und man braucht doch nicht so tun, 30 Jahre nach Mauerfall und Wende, als würden wir hier im Kriegsgebiet wohnen. Ich habe schon mal ein Problem davon zu sprechen, dass es der Osten ist. Im normalen Newsflow eines Jahres erlebe ich überregional eigentlich relativ wenig ostdeutsche Berichterstattung. Wir haben jahrelang in allen überregionalen Zeitungen, aber auch im Fernsehen, im Rundfunk erlebt, dass sich für den Osten nicht so wahnsinnig interessiert wurde. Ossis gibt es nicht ohne Wessis und Wessis nicht ohne Ossis. Es sind heftige Klischees, immer unzufrieden, ewig gestrig und lauter stramme Rechtswähler. Hat Ostdeutschland ein Imageproblem? Woher kommt das? Medien360G fragt 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, welche Rolle spielen Medien bei der Bewertung Ostdeutschlands und wer gibt den Ton an? Bei bestimmten Situationen, zum Beispiel im vergangenen Jahr, 30 Jahre Mauerfall oder jetzt auch 30 Jahre Deutsche Einheit, da fokussiert sich die Berichterstattung schon in Teilen auf Ostdeutschland. Im normalen Newsflow eines Jahres erlebe ich überregional eigentlich relativ wenig ostdeutsche Berichterstattung. Robert Schneider vom Fokus ist einer der ganz wenigen Chefredakteure mit ostdeutscher Biografie. Im Osten leben zwölf der 83 Millionen Bundesbürger, aber gibt es eine faire Betrachtung der fünf ostdeutschen Bundesländer in den überregionalen Medien? Ostdeutschland, und das ist ein Problem, wird sehr oft lediglich in diesem Vergleich zu Westdeutschland so als negatives Anhängsel betrachtet. Und in diesem permanenten Vergleich, wie weit ist denn der Osten, wie weit ist denn die Angleichung geschehen, fortgeschritten, wird Ostdeutschland sehr, sehr oft pauschal negativ dargestellt. Und das halte ich für ein Problem, weil es nur einen Teil der Wirklichkeit darstellt. Aber warum ist das so? Weil der einzelne Mensch nicht überall zugleich sein kann, gibt es Medien, die uns ein Bild von der Welt vermitteln. Dieses Bild ist aber kein 1 zu 1 Abbild, sondern medial aufbereitet. Dieses bezeichnet man als Medienwirklichkeit im Kontrast zur Lebenswirklichkeit. Der Unterschied zwischen medialer Darstellung und eigenem Erleben wird uns aber oft erst bewusst, wenn die Medienwirklichkeit nicht der persönlichen Lebenswirklichkeit entspricht. Wie zum Beispiel bei der Berichterstattung über den Osten. Was daran liegen könnte, dass Berichterstattung über Ostdeutschland oft in einem negativen Kontext stattfindet. Das heißt, in den Nachrichten wird über den Osten Deutschlands oftmals in Zusammenhang mit Armut abgehängten Regionen oder Rechtsextremismus berichtet. Hinzu kommt, dass gerade in den überregionalen Medien immer noch fast ausschließlich westdeutsche Journalisten arbeiten und von der Ferne über den Osten urteilen. Auf Dauer beeinflusst aber diese mediale Berichterstattung die Vorstellung vieler Menschen von Ostdeutschland. Es besteht die Gefahr, dass das Medienbild sich in den Köpfen der Menschen als Wirklichkeit festsetzt. Und viele Ostdeutsche wegen der als falsch empfundenen Berichterstattung den Medien sehr kritisch gegenüberstehen oder sogar auf Distanz gehen. Das ist ein strukturelles Problem, mit dem wir leben seit der Wende, seit 89, 90, dass es keine originäre ostdeutsche Stimme gibt, die in diesem sehr wichtigen Chor der mächtigen Feuilleton-Ressorts, Politik- und Wirtschaftsressorts mitspricht. Die gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, ein wirklich schwieriges Erbe, das wir haben. Ich glaube, ostdeutsche Stimmen finden nach wie vor zu wenig Beachtung. Ostdeutsches Personal ist zu wenig in den Redaktionen, insbesondere auch in den Führungspositionen, präsent. Marike Reimann hat bis Ende September 2020 die Redaktion von Z. geleitet. In dieser Funktion hat sich die gebürtige Rostockerin stark für mehr Vielfalt eingesetzt. Also wenn es so ist, dass wenn du als ostdeutsch sozialisierter Mensch durch Deutschland läufst und einfach merkst, dass so deine Lebenswirklichkeit, die Werte und Traditionen, mit denen du aufgewachsen bist, dass die nicht stattfinden um dich herum, dass die nicht reflektiert werden, dass die einfach nicht präsent sind. Die, aber du bist damit aufgewachsen und du beschreibst dich auch oder identifizierst dich auch über diese Werte, fehlt dir so ein bisschen diese Spiegelung. Also dir fehlt ja sozusagen das, dass du auch ein Stück weit normal bist und dir diese Normalität auch zugestanden wird. Dass die Medienwirklichkeit so abweicht, hat auch etwas mit dem Lebensmittelpunkt der Medienmacher zu tun, sagt die in Sachsen geborene Journalistin Antonie Ritschel. Komme ich schon hierher und habe halt die Geschichte in meinem Kopf eben zu schreiben, dass Sachsen das dunkelste Bundesland Deutschland ist oder dass ich hier zum Riss reise oder recherchiere ich das eben ordentlich aus und versuche halt auch die Ambivalenz, die es ja hier absolut gibt. Es gibt ja nicht nur Rechtsextreme, es gibt nicht nur die AfD, Pegida, sondern es gibt halt sehr viele andere Menschen und es gibt nicht schwarz-weiß und es gibt viele Menschen, die dazwischen auch stehen, zwischen diesen ganzen Narrativen, die existieren. Dabei gibt es durchaus Versuche und Konzepte, ein anderes Medienbild zu zeigen. Die Zeitschrift Super-Illu galt lange als die Stimme des Ostens. Sie erreicht in Ostdeutschland nach eigenen Angaben immer noch mehr Menschen als die Zeitschriften Stern, Spiegel und Fokus zusammen. Schwerpunkte der Super-Illu Oststars, Ratgeberthemen, Lebenswirklichkeit Ost. Entwickelt hatte den Titel 1990 der westdeutsche Hubert Broder Verlag. Was hat die Super-Illu anders gemacht als überregionale Westmedien? Die Super-Illu ist quasi ein Regionalmagazin, ein Heimatmagazin für die Region, die mal DDR hieß. Deshalb gab es da auch den ganz speziellen regionalen Blick. Wir haben für die Menschen berichtet und nicht, sagen wir mal, über sie. Vor zehn Jahren startete die Wochenzeitung Die Zeit, den Versuch, sich der ostdeutschen Lebenswirklichkeit anders zu nähern. Martin Machowetz, Zeitredakteur gebürtiger Sachse. Wir haben beschlossen, dass es eigentlich ganz gut wäre, ein Büro zu haben, eine Redaktion zu haben, die hier im Osten ist, die aus dem Osten ganz alltäglich berichtet und hier eine Normalität auch vorfindet und beschreibt. Und das wollen wir machen. Wir wollen sozusagen dafür sorgen, dass sich der Osten von den überregionalen Medien nicht völlig ignoriert und ausgeblendet fühlt, sondern ein ganz selbstverständlicher Bestandteil davon ist. Und deswegen gibt es uns. Wöchentlich produziert die Leipziger Redaktion drei Seiten für die ostdeutsche Ausgabe. Immer wieder gelingt es ihr auch, Themen in der gesamtdeutschen Ausgabe zu platzieren. Aber was sind spezifische Ostthemen? Themenbereiche, die in Ostdeutschland mit hoher Sicherheit ganz anders gesehen werden als in Westdeutschland, ist zum Beispiel das Thema Russland, ist das transatlantische Verhältnis, sind die Hergänge um die Wiedervereinigung, die Deindustrialisierung im Osten und insgesamt das Verhältnis von Ost zu Westdeutschland und andersherum. Was vielleicht rückblickend gefehlt hat, es ist aber nie zu spät, das aufzuholen oder nachzuholen, ist der Respekt vor den Lebensgeschichten der Menschen. Dass man anerkennt, dass die Ostdeutschen von 89 bis heute eine Wahnsinns-Transformationsleistung vollbracht haben, als sie am 9. November 89 von heute auf morgen jegliche Gewissheiten, die sie gelernt haben, verloren haben und sich transformieren mussten, zwangsläufig. Denn was westdeutschsozialisierte Journalisten nicht miterlebt haben, was aber die Menschen im Osten geprägt hat, für sie änderte sich 1990 faktisch alles. Nicht nur kamen neue Medien und Möglichkeiten hinzu, Biografien erlitten massive Brüche und gewohnte Strukturen verschwanden. Diese besonderen Erfahrungen, wie auch die Werte und Normen, die die Menschen im Osten geprägt hatten, finden in überregionalen Medien aber nach wie vor kaum statt. Was also müsste passieren, damit sich die Menschen im Osten auch medial abgeholt fühlen? Ich glaube, wir müssen als deutsche Journalistin ein Stück weit davon wegkommen, nur so in Jubiläen und Wahlen zu denken. Und dann auch ein ganz klassisches Beispiel, letztes Jahr titelte eine überregionale Zeitung im Norden, dass sie ihren Nachrichtenchef zum Beispiel mal rüberschickt. Oder es gibt Menschen, die haben einen Roadtrip durch Ostdeutschland gemacht und darüber eine Reportage-Reihe herausgegeben, wo ich mir denke, also wir sind doch hier nicht in Sibirien und man braucht doch nicht so tun, 30 Jahre nach Mauerfall und Wende, als würden wir hier im Kriegsgebiet wohnen. Ich weiß jetzt schon, was nächstes Jahr hier wieder passieren wird. Da gibt es dann halt wieder hier die Festspiele mit Bundestagswahl und Mecklenburg-Vorpommernwahl, Thüringen, Sachsen-Anhalt. Und da würde ich mir halt einfach eine Stringenz wünschen, in die Zukunft gerichtet, dass einfach Leute, also Journalisten, sehr viel mehr Journalisten eigentlich hier von vor Ort, dass die hier leben, dass die hier arbeiten, sehr viel öfter vorbeikommen, gut recherchieren. Das könnte auch verhindern, dass jetzt die wahnsinnige Transformationsleistung zur neuen Standarderzählung über den Osten wird. Medien müssen den Zuschauern nicht nach dem Mund reden oder ausschließlich dokumentieren. Sie haben auch die Aufgabe, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch zu hinterfragen. Sie sind aber glaubwürdiger, wenn Lebens- und Medienwirklichkeit nicht zu weit auseinander liegen. Ich glaube, das sind Partizipationsfragen. Man will wahrgenommen werden, man will ernst genommen werden, man will weder mit Klischees noch mit Stereotypen bedacht werden. Man will aus der Opferolle heraus im Osten. Und da spielen Medien schon eine sehr, sehr große Rolle. Man will aus der Opfer. Neu, ein Verkaufel. Das ist ja auch schon ein Verkaufel. Man will aus der Opfer. Neu, ein Verkaufel. Vielen Dank.